Ein Plattenkondensator besteht meist aus zwei runden oder rechtdeckigen leitfähigen Platten. Diese haben eine Fläche A und befinden sich in einem Abstand D zueinander. Sowohl die Fläche als auch der Abstand der Platten sind zwei wichtige Größen, die einen Plattenkondensator geometrisch charakterisieren. Doch bis jetzt sind es nur zwei Platten. Erst wenn du elektrisch positive und negative Ladungen auf die beiden Platten bringst, wird das Ganze zu einem Plattenkondensator. Die eine Platte lädst du mit positiven Ladungen auf. Die gegenüberliegende Platte mit genauso vielen, aber negativen Ladungen. Die Gesamtladung auf der einen Platte ist somit plus Q und auf der anderen Platte minus Q. Der Betrag Q ist auf beiden Platten gleich. Die positiven und die negativen elektrischen Ladungen auf den getrennten Platten ziehen sich jetzt an. Wenn sie frei wären, würden sie sich einfach aufeinander zubewegen. Da die Platten aber in einem festen Abstand zueinander verbaut sind, können sie das nicht tun. Hieraus erkennst du wahrscheinlich schon die erste mögliche direkte Anwendung eines Plattenkondensators. Verbindest du nämlich die beiden geladenen Platten mit einem leitenden Draht und einem Lämpchen, so fließt dein elektrischer Strom von der einen Platte zur anderen und bringt damit das Lämpchen so lange zum Leuchten, bis kein Ladungsunterschied auf den Platten mehr besteht. Mit einem Kondensator kannst du also elektrische Energie speichern. Du kannst aber noch viel mehr damit anstellen, zum Beispiel einen Frequenzfilter realisieren, der im Ladekabel deines Handys verbaut ist und dazu da ist, um die Mikroelektronik in deinem Handy vor äußeren elektromagnetischen Störungen zu schützen. Das ist aber bei weitem nicht alles. Kondensatoren sind allgegenwärtig. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst. Deshalb lohnt es sich, sie etwas näher kennen zu lernen. Wenn du eine kleine Ladung Q, zum Beispiel eine frei bewegliche positive Probeladung, direkt an der positiven Platte platzierst, dann stößt die positive Platte die positive Ladung ab und die negative Platte zieht sie an. Die freie Ladung erfährt eine elektrische Kraft F innerhalb des Plattenkondensators, die die kleine Ladung geradeaus beschleunigt. Die Ladung beschleunigt so lange, bis sie an der gegenüberliegenden negativen Platte angekommen ist. Bevor sie auf die Platte stößt, hat sie durch die Beschleunigung eine Geschwindigkeit V bekommen und damit auch Bewegungsenergie erhalten. Diese Energie, die die Ladung gewonnen hat, indem sie sich von der einen Platte zur anderen bewegt hat, wird durch die elektrische Spannung U zwischen den Platten charakterisiert und in einer Zeichnung zum Beispiel so dargestellt. Elektrische Spannung U zwischen zwei Platten ist die Energie W, die eine kleine Probeladung gewinnt, wenn sie sich von der einen zur anderen Platte bewegt, dividiert durch die Ladung Q. Spannung ist also Energie pro Ladung. Du kannst die Spannung U zwischen den Platten und damit auch die gewonnene Energie der Probeladung beeinflussen, indem du die Platten noch näher auflädst, also die Ladung Groß-Q vergrößerst. Dann wird die elektrische Kraft auf die Probeladung größer. Die Probeladung würde dann noch mehr beschleunigen und dadurch eine größere Geschwindigkeit am Ende erreichen, also eine größere Energie gewinnen. Man sagt dann in diesem Fall, dass die Ladung eine größere Spannung durchlaufen hat. Verdoppelst du die elektrische Ladung Q, dann verdoppelt sich auch die elektrische Spannung U. Eine Probeladung würde dann also eine doppelt so große Energie beim Durchlaufen der Spannung gewinnen. Ladung und Spannung sind proportional zueinander, wobei die Proportionalitätskonstante C die sogenannte elektrische Kapazität ist. Ihre Einheit ist Coulomb pro Volt, oder kurz Farad. Die elektrische Kapazität gibt an, um wie viel sich die Spannung U ändert, wenn die Ladung auf den Platten verändert wird. Kapazität ist eine wichtige charakteristische Größe eines Kondensators, die hauptsächlich von seiner Geometrie, also vom Abstand D, und von der Plattenfläche A abhängt. Außerdem ist die Kapazität davon abhängig, mit welchem Material der Raum zwischen den Platten gefüllt ist. Hier nehmen wir an, dass zwischen den Platten ein Vakuum oder zumindest nur Luft ist. Die Kapazität eines Plattenkondensators kannst du dann folgendermaßen berechnen. Kapazität C ist elektrische Feldkonstante Y0, multipliziert mit der Plattenfläche A und dividiert durch den Abstand D. Um also die Kapazität eines Plattenkondensators herauszufinden, musst du lediglich die Plattenfläche bestimmen und den Abstand ausmessen. Um eine möglichst große Kapazität des Plattenkondensators zu erreichen, musst du die Plattenfläche groß machen und den Plattenabstand möglichst klein. Egal wo du die Ladung innerhalb des Plattenkondensators platzierst, sie bewegt sich stets geradeaus zur anderen Platte und erfährt überall die gleiche Kraft F. Ein Kraftfeld, also die Gesamtheit aller Kraftvektoren im Raum, ist hier homogen. Homogen bedeutet, dass es egal ist, wo du die Probeladung platzierst. Die Probeladung erfährt überall im Plattenkondensator die gleiche elektrische Kraft. Du kannst die Kraft auf eine Probeladung berechnen. Die Kraft F ist nämlich, ohne hier die Formel herzuleiten, Probeladung Q multipliziert mit der Spannung U zwischen den Platten und dividiert durch den Abstand D der Platten. Die Kraft auf eine Probeladung ist also umso größer, je größer die Probeladung Q und die Spannung U sind und je näher die Platten beieinander sind. Wenn du die Kraft F durch die Probeladung klein Q dividierst, bekommst du die Größe elektrisches Feld E. Das E-Feld ist also nichts anderes als Kraft pro Ladung. Das elektrische Feld E in einem Plattenkondensator ist also durch die Spannung und den Plattenabstand bestimmt. Je größer die Spannung und je kleiner der Abstand, desto größer ist das elektrische Feld. Da das Kraftfeld homogen ist, ist auch das elektrische Feld im Plattenkondensator homogen. Statt die Vektorpfeilchen zu zeichnen, wird das E-Feld oft mit Feldlinien veranschaulicht. Auf so einer geraden Linie bewegt sich dann die Probeladung. verbrecht sein, Die Vektorpfeilchen zu zeichnen, den Beweich in der Höhe und die Vektorpfeilchen zu zeichnen, das E-Feld und die Vektorpfeilchen zu zeichnen. Vielen Dank.